Wir werden Männer für die Klasse 1 bis 1,75 und begrüßen als allererstes die Startnummer 151, Salomon Omar vom Fitnessbänder A. Dankeschön, Salomon. Mit der Startnummer 151, die gelösen wir Schusskäfe, Rockerbrot, Schlaßtürk, Enneby. Mit der Startnummer 151 begrüßen wir du, Philippa Toplicka, Powerhouse Ludwigsburg. Dankeschön, Fäder. Mit der Startnummer 156, Matthias Adam, Powerhouse Ludwigsburg. Woll, Mastik, auf geht's! Woll, Mastik, auf geht's! Woll, Mastik, auf geht's! Dankeschön, Matthias! Mit der Startnummer 159 begrüßen wir Rainer Stimmler, Smash Fitness Park, Schornloch. Woll, Mastik, auf geht's! Mit der Startnummer 160, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Mit der Startnummer 160, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Auf geht's, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Woll, Mastik, auf geht's, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Woll, Mastik, auf geht's, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Dankeschön, Thomas Kremmerhoff, Great Body, Gütersloch. Und mit der Startnummer 159, Adron Tompitzka, Powerhouse Ludwigsburg. Auf geht's, Adron! Go, 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 go! I want to start it, Adron! I want to start it, Adron! Da steht Adron! Da steht Adron! Applaus Meine Damen und Herren, Männer für Sieg 1 bis 1,75. Wir beginnen mit dem Tosen, eine halbe Drehung nach rechts, zur Seite an sich, bitte. Komm,afa quantity, kurz, 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 kurz. Eine halbe Drehung nach rechts, zur Rückenansicht. Muya! Komm, kurz, kurz, kurz. Eine viertel Drehung nach rechts, zur Seitenansicht. Beides Und eine Vierteldrehung nach rechts hoch an Ansicht. Wir tauschen einmal durch. Und bitte einmal zur Freude an Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts hoch an Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts hoch an Ansicht. Eine Vierteldrehung nach rechts hoch an Ansicht. Und eine vierte Drehung nach rechts zum Frontansicht. Okay, Chris, wir teilen die Gruppe nochmal auf. Ihr vier geht bitte an den linken Bühnen ran, also an euren linken Bühnen ran und die anderen drei an den rechten. Einfach zu mir, einfach zu mir. 195, nein, du musst da rüber. So, Startnummer 159, Moment, Startnummer 101, du bleibst da, Startnummer 151 ganz nach links. 151 nach links, daneben 159. So, deine 100, nein, da bist du nach vorne. 160 da rechts daneben und du da. Okay, einmal aufbauen. Oberkörper nach vorne und weg hin, weg hin. Entschuldigung, wir müssen nochmal kurz unterbrechen. Du kommst, zeig mir nochmal deine Nummer. 156 und 151 müssen tauschen. Du musst zurück. Das ist der erste numerische Vergleich. Noch mal so. Eine Vierteldrehung nach rechts zur Seitenansicht. Vierteldrehung zur Rückenansicht. Unterdrehung zur Seite. Und unterdessen. Mitteln auf den Weg hin, zurück nach rechts. Ich habe ja auch erste Mal. Wie ist das? Und, wie ist das? Also, das ist immer gut. In der Vierteldrehung nach rechts. Du bist so zu mir und zu mir. Und, wie ist das? Du bist so zu mir? Ich hoffe, das ist so. Ich hoffe, das ist so. Fristern. Das ist so. Die Verständnis. Ich hab's zu mir. Das ist so. Vielen Dank, meine Herren, bitte nach der Abend. Die Pokale stehen zurücktreten und die numerische Folge einhalten. Halt uns mit zu lächeln. Auf geht's. 151 nach links, dann 153 und dann die 155. Oh, Beppe, hab ich. Komm, bis du aufgehst. Komm, komm, komm. Ruhst da, wach auf. Komm, komm, komm. Stühle die Schulter nach oben. Führer die Schulter nach rechts. Tire in den Aire. Okay, go, 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 go. Führer die Schulter nach oben, rücken an sich. Abriere Spalte, tírete para atrás. Lenschen, go. Kabeza arriba. Weiter mit der Bühre-Drehung nach rechts. Vorne. So, auf geht's mit uns. Komm, komm, komm. Jawohl, ihr könnt ruhig richtig klatschen hier unten. Jawohl, jawohl. So, ihr drei geht jetzt bitte an den Bühnenrand. Und hier mal so ein bisschen mehr zurück, genau, damit man den ersten Callout auch richtig gut sehen kann. So, hier ging's um die numerischen Vergleiche. Anhand der numerischen Vergleiche haben die Kapprichter feststellen wollen, wer ein ersten Callout sein soll. Und den ruf ich jetzt raus. Als erstes nach vorne bitte die Startnummer 153. Dazu die Startnummer 155. Und dazu die Startnummer 159. Und dazu die Startnummer 159. und dazu die Startnummer 156. Auf, 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 auf! Auf, auf, auf! Komm mit zur Luft raus, voll Gas, komm! Bambulu! Bambulu! Kommt mal alles geben, komm! Bambulu! Ruja, Ruja! Schön auf dem Bauch konzentrieren! Danke meine Herren! Bravo! Halt und Decke dann weg, komm! Jawohl! Pilger, Junge, rechts! Und hoch drauf! Kommt, Junge, voll Gas! Komm, Algo, wer ist eigentlich hier? Komm! Pilger, Rücken an sich! Pilger, Junge, nach rechts! Also, wer braucht es? Komm! Front an sich! Vielen Dank, Alain, Decke noch mal auf einer Linie, nach vorne ins Land ab! Das war die Männer im Gesicht Klasse 1 bis 175 cm Körpergröße! Spitzenleiner, vielen Dank an die Athleten! Vielen Dank für den donnernden Applaus jetzt vom Publikum! Vielen Dank! Vielen Dank!